Also ich bin dafür, dass wir die aufmischen nochmal zum Ende hin. Ich hab Bock drauf. Okay, dann gehen wir auf Psy-Shock, dann formiert euch. Welcher ist der? Kann das jemand sehen? Der wird echt bekackt sein, der wird richtig sauer sein, glaube ich dann. Was? Zwei Hammerheads gibt einer? Er hat doch geschrieben. Entschuldigung, wir müssen testen. Ja, wir müssen auch. Er wartet eh schon die ganze Zeit darauf und will mit uns ein paar. Er hat Amnistie-Laser drauf und alles mögliche. Also wir werden uns mehr zahlen. Kann ja, schief auf uns. Was? Dann die Feuer um, rein auf die Tanja. Warte mal, wir sind noch in der Arm, ist das so, oder? Ja, können wir halt schießen. Wir haben zwei Hammerheads, da muss doch was gehen. Ist der von einer Redcon? Können wir jetzt Tanja abschießen oder nicht? Ja, Feuer frei, die werden beschossen. Sind die Redcons oder sind die... Schieß, 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 egal. Scheißegal, Hauptsache, Haufrach, schießen, schießen, schießen. Wir sind noch zu weit weg. Wir sind noch zu weit weg. Wir wurden beschossen, wir haben Treffer kassiert. Jetzt hat sie dran. Wie gesagt, ihr seid aber nicht ausgerüsteten Kampf gegen größere Kampfschiffe, ne? Ihr seid eigentlich mehr oder weniger nur ein kleines Flaggschiff. Ist doch egal. Ist doch egal, ist doch egal. Ist doch egal. Wir haben Schaden genommen. Wir haben Schaden an der Seite gemacht. Ramzi, Ramzi, Ramzi. Zeig, was eine Hammerhead kann. Ramzi, 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 Ramzi. Und das Lied gerade dazu von Linking Park, geil, Alter. Los, macht sie platt, ey. Scheiß drauf, ey. Raketen raus. Alles raus, was wir haben. Macht es so. Haben wir noch ein paar Schuss gehabt, oder was? Oh, die erhitzen aber schnell, ne? Ja, voll. Ja. Sieht aber cool aus, wie es explodiert, ne? Ja, ja. Mhm. Deswegen hab ich eigentlich die Dinger gewählt. Das ist schönes Flaggfeuer. Wie gesagt, ausrichten könnt ihr damit eigentlich nichts. Geht zum Angriff rüber, wenn es geht. Bloody, ich sitze im oberen Turm, ne? Nur zur Info. Und Feuer. Feuer frei. Alles, was wir haben, rotzen. Lass rotzen. Ich schieße jetzt auf die Tanja, das ist gut. Boom! Boom! Erster Kill für uns. Das ist echt gut. Tanja, es tut mir leid. Mein Käpt'n hat gesagt, ich soll schießen. Nächster vor uns. Okay. Er schießt ihn, das ist der Bloody, oder? Ach so. Beat Dealer? Alles klar, nicht auf Bloody schießen. Vorsichtig. Beat Dealer ist Bloody oder? Baps. Come on, Baps. 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 Come on, Baps. Baps. Come on, Baps. Genau. Er will die nächste Wunde. Vielen, vielen Dank. Danke für dein Follow. Danke... Wie wird denn das ausgesprochen? Plimpf. Plimpf, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön dafür. Danke und Willkommen bei den Helden im Pyjama. Viel Spaß beim Treuepunkte sammeln. Wo schießt ihr denn hin? Schieß doch nicht auf die 600i. Wumms. Er schießen wir nicht mehr. Wir haben das Feuer eingestellt übrigens, ne? Also ich hab damit jetzt nix mehr zu tun hier. Feuer haben wir eingestellt. Ja, ja. Feuer habt ihr eingestellt. Hey, komm jetzt alle Türme mal nach vorne schießen, soweit es möglich ist. Ich möchte jetzt einfach mal sehen, diese Geschütze. Wo ist vorne? Die Explosionen sind doch geil, oder? Na, es ist schon geil, ja. Kommt ne Hawk, ne Hawk greift uns an, ernsthaft. Soll jetzt keine Muni-Verschwendung mehr, ne? Ja, genau. Wir brauchen Muni. Willst du noch mal auftanken alles? Bevor die zweite Runde kommt? Lass nochmal landen und alles aufmunitionieren. Also beide Helmheds einmal landen. Ich weiß nicht, hat die andere Helmheds Laser drauf oder auch solche? Wir haben keine Helmheds. Wir haben Laser. Alles klar, dann müssen wir einmal landen. Aufänder. Ja, war cool. Ich mach gerne auch die Glitlands drauf.